ARD Text im Auftrag von Funk Der Joker Der Joker 2 4 zack alter 2 3 3 3 3 3 4 Woah! Shit. That's him. Woo! Nice. Oh, fuck. That's... ...much? Now I'm next. Fuck! Come, 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 come. Come. I'm going to go to the end here. Ah, he's got this blind contact. I'm going to set you down. I'm going to set you down. That's not bad. Shit. Yeah, that's cool. Woo! I'll do it. Okay, that was a mistake. But I can also spam. But spam doesn't bring anything. So, yeah. It's not bad. No, no. But I can't help. I can't help. I can't help. He's got this. I can't help. Who are you? Hey, Moin, der ist auf offline. Wie hieß so ein kleines Spasti? Ja, siehste, jetzt gibt's schon Nachricht. Ich hab's gewusst. Good game. Weißt du, GG, oder? Ach, keine Ahnung. Der stellt sich auf offline. Ich hab den schon vor, das ist... Wir sind verdammt oft begegnet schon. Ach, so scheiße. Wenn der jetzt wiedergekommen wäre, ne? Der wäre ja richtig schon gewesen. Na, Reborn schädig schon gerne. Der kann aber was. Aber... Jeder Batman-Spieler kann die gleiche Takti gewinnen. Das finde ich ihm gleich so langweilig. Alle Quindam, spielen wir mal... Superman! Superman! Nur 52! Ja, du kannst auswählen. Wie ist es jetzt Bombs? Hallo? Oh Gott, danke schön. Die meisten Leute wollen ja nicht irgendwie auf den Wachtturm Atlantis oder diese Flugzeughanker. Oder wie das auch mal heißt. Ferries oder so. Ach, keine Ahnung. Dallas, muss ich das jetzt schon zeigen? Los geht's! Okay. Ach, shit. Was, wie's geht? Ja... Ja, cool. Wie's geht's? Shit! Ich weiß nicht, man kann hier schon ein bisschen spielen. Ich habe nur einen Koper vielleicht. Oh, nee. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Ach komm. Ja, das hat mich bestämt jetzt, Alter. Leck mich! Ja komm, Alter. Das ist dein Ende. Der ist aber der beste Skin von Harley. Mach das mal für mich. Das ist der beste Skin von dir, finde ich. Das ist ja von Arkham City und daher... Ist schon sexy, der Skin. Irgendwann möchte ich auch mal King of Silver wieder machen, aber... Momentan hat, glaube ich, keine Zeit oder so. Da glaub ich auch, der Xander-Spiel. Also, Frosty FX. Hä? Ja, genau. Ja, da glaub ich auch so, unser Spiel. Vielleicht hoffentlich, das wär schon geil. Ein paar mehr Partner in dem Spiel. Nicht nur ein... Zwei wäre ne Schammer. King of Silver. Oh nein, eltern. Hehm. Hey, wieso die Fringer jetzt ein? Die ganzen Army-Kinder schlafen jetzt, ne? Ja, die schlafen jetzt halt. Hehm. AQUAMAN 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 L Gospel AQUAMAN I love you I am over Now we move Und ich kann die Scheiß bieten. Oh, snap. Okay. Zack. Bam! Ja? Lauf doch nichts, den Wunderfucker. Ich bin bereit, den Wunderfucker. Ich bin bereit, den Wunderfucker. Ich bin bereit, den Wunderfucker. Äh, machen wir das jetzt? Und zack, Alter. Ja, du hast mich hier. Ja, du hast mich hier. Ja, du hast mich hier. Nein, du hast mich hier. Shit, das ist sehr. Oh, wie war das? Ich bin bereit, den Wunderfucker. Das ging verdammt schnell. Ja, ich bin einfach mal random. Scheiß drauf. Mit immer nicht die gleichen. Vielleicht Payne, nochmal. Oder Deathscore Harley oder Lobo. Ja, die habe ich schon ein Video gemacht, aber... Ihr könnt immer wieder machen, ist doch scheißegal eigentlich. Ja, die meiste Erfahrung habe ich eigentlich mit Payne... ...Patman... ...Runley? Ja, das war's, glaube ich schon. Lobo. Ja, das war's. Und an den Dienstherr kommt der Neuskind für Bane und angeblich ist das Red Sunpack. Also russischer... ...Soweit Wonder Woman und Solomon Grundy. Und 20 Extremision bei Star Labs. Ich glaube, ich... ...220. Und Batgirl kommt auch bald und die möchte ich euch immer gerne spielen. Ähm, wir spielen jetzt mal... ...Wenn wir gerade über den Batman gehen zu reden. ...Nimm mal Batman. Ja... ...Nimm auch für einen Batalis... ...Batman eins von denen den beiden eben oder... ...irgendwas mit Batman zu tun. Ah, scheiße. General, was? Oh, Mann. 26. Hey, man, da kann nur ein Kombo. Werd mal! Ja, jetzt geht doch wie jetzt nicht rein. Ah, können wir so tüge noch. Ja, lass doch mal jetzt nicht mal zeigen. Den Typ mag ich jetzt. Ja, lass doch mal. Los geht's! Oh! Nice turn! Oh! 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 Boah, was ist du? Verdammt! Boah. Was ist das denn? Leih, daumt! Ahem. Ahem. Was doch. Perfekte Wunder war das, glaube ich sogar. Naja, der war wirklich jetzt einfach. Ahem. X. I. X. Tosi. Da muss ich mir sofort an Mortal Kombat denken. Hab ja auch lange nicht mehr gespielt. Mortal Kombat. Verdammt lang nicht mehr. Ah, ich denke mal, weil Injustice ist ja mehr... Ja, ist halt neuer. Neuere Ware. Ja. Darum nehmen so viel auf. Ich bin immer mal gekommen. Ist noch ein bisschen langsam gestorben oder so. Aber ich spiele mal. Ich habe sie immer noch. Ich spiele mal. Super. Ich kann nur sagen. Einfach. Ja. Ach, nimm mal Shazam. Shazam. Ja, Mama Taviskyra. Ich bin hell. Ach Dankeschön. Du musst eh weg. Boop. Ohne. Los geht's! Okay. Ja. Ja, ja, komm. Äh, 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 äh. So. Ach, komm jetzt, Alter. Der rennt doch die ganze Zeit weg ohne Scheiße, ne? Weißt du was? Leck mich. Ja, da kannst du ausweichen, ne? Da kannst du ausweichen. Ja. Fuck. Oh. Alter, das ist nicht. Okay, der ist schon langweilig. Der rennt doch die ganze Zeit weg. Ja. 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 Unser Stand. Bringe dich runter. Du hast Angst. Ja, Alter, das Teil erwischt mich in der Luft. Bullshit, ey. Ja, ohne Witz. Er rennt ja auch die ganze Zeit weg. Sorry, aber. Ich hab's vergessen, Alter. Ja. Boah. Das ist echt das, das wäre schon scheiße. Das ganze Zeit dieses blöde Wecke-Renne. Nein, unten. Oh. Ich hab schon mal ein paar Spieler dafür... ...zum Beispiel die, die nur alle nur schießen können, die kann man ALLE hassen! Also die ganzen Charle, die ballern können... ...un übrigen könnte man daraus wegnehmen. ...Also nicht schießen kann... Ja, WONDERWOMEN kann nur ne bestimmte Weite... ...Okay, jetzt zieht aber aus zu schießen, diese blöde Krone, wofür da ein Schild werfen... ...azwähnt dazu... ...ja, FLASH! dabei doomsday solomon schon wieder der wichser der solomon doomsday bain aber es ist nämlich noch mal immer mal lecker der mama auch beschrieben ja ja auf der kopf ist die tüge so Ah, ich hab ein Dive Kick hier, ne? Los geht's. Wow. Ja, gib mir Kinhag. Das ist ein Baum. Ja. Da kam doch auch grad noch so ein Baum, oder? Leg ich mir das grad irgendwo rein, oder so? Ich selekt es gerade. Ja. Ey, das ist doch wie im Leben erwischt. Alter. Oh shit. Ja. Immer schön nach hinten ziehen, ne? Wie so ne Pussy. Ja. 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 Ich muss die von unten. Wow. Das ist der größte Scheiß, ey. Ohne Witz jetzt, Mann. Bleib unten. Hey, will ich den jetzt noch einmal sehen, ey? Da geh ich raus. Hey, den mag ich überhaupt nicht. Der ist so einer der Batman-Spiele, wo ich mag. Der rennt weg. Jemand muss so nach hinten. Man, die ganze Scheiß ist, äh, ein Greifhaken da. Schau mal, das ist schon wieder was Besseres, ey. Joby, was soll man Grunti-Spiele? Boah, ich stehe gerade auch aufreg'n, Alter. Ja, nimmst du Lobo, dann nehm ich, äh, Let's do it noch für. So, lass' auf. Black Slyther. Kannst' mal auswählen. Ich muss schon aufregen, Alter. Ich muss schon aufregen, Alter. Ach, ähm. Also, so gerne so Abonnenten oder Zuschauer oder keine Ahnung oder beides. So ein Battle halt. King of the Hill. Wär' doch super geil, ne? Wär' doch super geil, ne? Ja, Alter. Komm, ja. Ja, da kommt er wieder durchgedrückt oder so. Ja, das hat man schon alles schon gesehen, alles. Ja, da ist das. Ja, da ist das. Da ist das Reichweite der Scheiß, der aufreg'n. Ja. 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 Ja, denn das war jetzt nicht echt. Ja. Ja. Ich spreche nicht umsonst, der Bräsi! waaah waaah ahem jetzt läuft ich nehme Bane ich schließe gleich die Bane was Kettbewerb Kettbewerb hatten ganzes Bane Heldenkart hören nicht mehr und nimmt Kettbewerb es ist voll hier ist es verdammt voll los geht's ja 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 Uuuuuh Ich war doch noch nicht völlig gehofft Fade Scheiße! Fuuuck! Bullshit Jetzt! FATTE! BITTE! Eine Bissame, Piss! Du weißt nicht was Stärke heißt... Nup? Hm, jetzt nächste das ist... Keine Ahnung... Wurz 2 Matches und dann reicht es auch. WTF? Was ist das für ein Symbol, man? Das sind 60. Na, so Hintergrund, meine ich. Sorry. Ähm... Admon haben wir schon gespielt. Dann nehmen wir... Ich hab keine Ahnung. Nehmen wir mal... Nehmen wir mal Green Arrow. Mit der Arrow Skin. Green Arrow. Ich hab auch noch gar nicht gespielt. Das ist eine Story-mäßig. Ahem... Also die Eisfeile ist eigentlich am besten. Für Kombos heute. Green Lantern gegen Green Arrow. Läuft. 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 Guck dich. Guck dich. Guck dich. Hier. Guck dich. Warte, Kondo. Green Arrow. Ich war sicher, dass wir die Faden verletzt haben. Verdammt! Warte, du bist so erwartet. Ja, dann noch mal. Ja, doch mal ein gleiches Konto. Ja! So, das ist ja auch so. Ich mache nur meinen Job. Oh, komm, der scammt jetzt halt so. Anscheinend, ja, der scammt. Das gleiche Kombo. Ja, aber das ist ja... Das geht nicht mehr von den Komponenten. Scheiße. So. Hä? Warum kämpfen wir? Du hast angefangen. Logisch, aber ja, egal. Ja, Alter, wie weit geht denn der Bullshit? Ja, dann macht es gleich hier. Jungfrau. Warte! Wie weit geht denn der Bullshit? Alter! Wie weit geht denn der Bullshit? Ach, du willst doch. Bisschen! Dann fahrst du dich! Ersetzst des Green Lantern mit der Spurgel... es ist soweit ich irgendwie genau vor Regen diese Blöde der Ousso zu Zahn quetscht er er wieder brüchel heißt es ist übertrieben weit die Pokerlof oder immer so dem dos und immer das wir haben oder und das ist ein Wissen geil Nordstagsfeiert das ist okay ob sie mit Zuschauern zu ob er nur so er schon gehört das war schon eine Überlegung so live streammäßig oder keine Ahnung aufs Aufnahme Los geht's! Geil! Anscheinend kommt der echt die ganze Zeit hin. Das ist doch nicht der Wisch. Das ist doch nicht der Wisch. Danke, dass du voll wechselt drauf. Ja, alter. Wichtig! Das macht den Rang des Smilch! Fäh! Ah, ein Rang des Smilch! Machst du ein Rang des Smilch? Ich dachte, wir kommen auch zu viel. Ja, da kommt jetzt das ganze Zeit noch von unten hin. Schmuel! Scheisse! 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 15 11